Mach es aus, O'Neal. Ich hab's verbockt, aber das krieg ich hin. Wir haben einen Mann verloren. Kotblau, mach es aus. Noch fünf Minuten. Ich sagte, mach das verdammte Ding aus. Das war meine letzte Chance. Oh Gott, es ist so bitterkalt. Aber wir haben überlebt. Und deswegen geht's jetzt hier weiter. Bei Crysis Vault. Sprengkopf. Sieht man ja. Sein Kopf ist gesprungen. Oh, Mann. Das war ja kurz vor knapp. Hübsch bist du. Hübsch bist du. Hübsch bist du. Muss ich erstmal da hoch. Stück für Stück. Oh, Endgranaten. Das ist gut. Die könnte man gleich mitnehmen. Ich denke mal, die werden jetzt nichts mehr bringen. Das ist viel zu kalt. Jetzt muss ich doch noch hoch. Shit. Mein Schatzkopf, den Bock. Immer noch gut. Kompensstärke. Und. Hoppala. Oh, was machen die denn da? Spannend. Oh, ein schönes Wetterboot. Ein Hoover. Glaub ich, heißt das. Bin mir gar nicht sicher. Nachdenken. Gucken. Zurückgucken. Pfeifen. Pfeifen. Genau. Und. Ups. Das war, ähm, nicht besonders liebevoll. Aber. Was war denn das? Aha. Warte mal. Ich geh mal lieber in Deckung. Geht nicht. Ich, äh, ich nehm mal seine Pistole und, und er kriegt von mir noch Sprechen. Wir brauchen diesen Behälter. Wer weiß, was die Mistkerle mit dieser Technologie anrichten könnten. Ich bin gerade im Überleben gewesen. Da kommt die mir schon wieder. Mal aus hier. AM-Kamera. Das ist schon mal cool. Ähm, Stärke. Und drüber. Zack. Ah, hier gibt's alle Waffen. Das ist cool. Okay, nehmen wir. Nehmen Sie das Horrorcraft. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Hab ich schon? Hab ich schon. Oder mal, gibt's noch eine andere Mühle? Ah, hier. So, nachladen. Oh, das Hoovercraft. Was hatte ich denn mit dem Hoovercraft? Was hat's mit X? Ah, hier kann ich noch. Was macht ihr hier? Was hält ihr für welche? Ja, wir könnten eine Granate werfen. Das muss keiner. In diesem Bereich. Ah, Mensch. Oh, ich doch. Ach, Quatsch. Das wollte ich gar nicht. Was seid ihr hier für Kunden? Willst ihr mich ärgern? So. Achtung. Hier. Nehmen wir mal diese Granate. Ja, mache ich doch gleich. Ich muss bloß kurz hier noch den nehmen. Die nehme ich auch mal. Ne. Ne. Warte mal. Warte mal. Was hat ich denn jetzt? Ja, die ist gut. Hoovercraft. Neh mich. Bin ich schon dabei? Bin ich schon dabei? Lass mich doch mal ab. Okay. Auf geht's. So. Wo geht's denn lang? Ah, hier. Okay. Wo ist denn der? In seinem Scheiß. Oh. Jetzt muss ich das mal. Ah, da hinten ist auch noch sein. Halten Sie sich links und nehmen Sie die Straße durchs Dorf. Halten Sie sich links, ja. Okay. Nehmen Sie die Straße durchs Dorf. Ist es diese hier oder was? Na ja, ich weiß jetzt nicht, wo, 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 wo die lang meint. Achso. Ne, das ist doch Blödsinn hier, oder? Ich muss da wieder zurück. Ich muss da auf die andere Seite. Komm, machen wir mal hin. Ah, das sieht knapp aus. Wo stehe ich jetzt hier so ganz große Städte ziehen? Auf jeden Fall erst mal gerade. Hier. So. Ah, das meine ich, die mit links. Okay, alles klar. So, diese Straße. Gut, alles klar. Hab's kapiert. Und dieses Viehzeugströmische in Ruhe lassen macht's eigentlich auch, ja. So, wie es aussieht. Machen Sie sich durchs Dorf. Okay, bin ich. Fahren Sie durch das Dorf. Halt, du, deine Trinkhäuser. Links abbiegen. Ja, links, links, links. Bin ja schon dabei. Ja. Mach ich. Da ist er. Ja. Stimmt. Das kann ich schneller, das Ding. Weiß nicht warum. Geht schon. Geht schon. Hab ich nicht. Das war nicht meine Schuld. Was? Rechts abbiegen. Achtung. Äh. Da hat er rechts übrigens gesagt. Ich hab keinen Bock zu kämpfen. Ich fahre einfach. Ich fahre, ich fahre, ich fahre. Hier, links. Und rechts. Shit. Nicht anhalten und kämpfen. Komm hoch, komm hoch, komm weiter. Hier drüber. Was machst du denn? Fahr noch zu. Vor Ihnen ist mein Weg. An dem Schiff entlang. An dem Schiff entlang. Okay. Hier. Das stimmt. An dem Schiff entlang. Da ist der Behälter. Wo, wo, wo. Da. Okay. Da ist er. Da ist er. Ich springe einfach mal damit. Drüber. Komm, komm, komm. Wieso ist das Ding so langsam? Hatte ich hier eine Handbremse angezogen, oder was? Oh. Okay. Jetzt geht's. Wir haben ihn wieder verloren. Stoßen Sie zum Eagle-Team, während ich versuche, den Behälter zu offen. Was Teufel ist das? Im Moment ist die Maschine das Problem der KVH, und das sollte möglichst lange so bleiben. Bleiben Sie an Lee und dem Behälter dran. Dann habe ich auch die falsche Richtung. Dann muss ich da lang. Dann muss ich da lang. So. Wo geht's jetzt? Nein. Dann muss ich links. Links. Dann geht durch. Hier links. Das ist aber auch ein kleiner Teil. Und jetzt? Wo geht's ja weiter? Scheiße. Dann muss ich denn lang. Kommt zurück. Dann geht's nicht lang. Okay. Dann muss ich es aber auch schwerer. Hm. Dann können Sie es aber auch. Was ist denn hier? Ich verstehe das nicht. Okay. Mach mal einfach mal weiter. Gucken wir mal, wo wir landen müssen. So. Jetzt hier drüber. Das habe ich gesehen. Und da sollte ich hier an dem... Nein, die... ...die diese Strecke hier. Das kann sein, dass die hier am Ende... Ah, genau. Und jetzt? Und die hier lang? Okay, wir haben ihn wieder verloren. Stoßen Sie zum Hegel-Team, während ich versuche, den Behälter zu auf. Das ist ja nicht mein Business. Im Moment ist die Maschine das Problem der KVA. Und das sollte möglichst lange so bleiben. Bleiben Sie an mir und dem Behälter drin. Soll ich jetzt da unten durchfahren, oder was? Warte mal, warte mal. Was ist denn da unten? Tschack. Und dann? Ich fahre in die falsche Richtung. Habe ich das Gefühl. Ach, gib mir doch mal einen Tipp. Mensch, das ist ja scheiße. Jetzt verfahre ich mich hier noch. Okay, so geht's weiter. Und dann? Von hier lang? Dann den Ding vorbei? Oder was? Dann hier hinten dann? Geht's nicht. Also muss ich durch das Ding durch. Ah, verstehe. Okay. Ich muss hier hoch. So. Und der Belatzbestände. Das ist scheiß viel Zeug. Boah, geh mir doch mal nicht auf den Senkel. Nee, das stimmt doch immer jetzt nicht. Ach, wir fahren einfach hier lang. Ah, guck mal. Falscher Weg. Hier war ich doch schon. Oh, Mann. Und die Nürnlang. Nerv. So, ich komme, ich komme und nicht auf die Mine fahren. Okay, wo bin ich denn jetzt gelandet? Bin ich jetzt hier richtig? Nee, da bin ich ja wieder dort. Wo soll ich denn da? Warte mal. Verschneiden Sie den? Verfolgen Sie dies bis zu seiner letzten Bekannten? Bis zu seiner letzten Bekannten? Oder sitzt schon? Das kann ja eigentlich schon hier hoch sein. Oder wie, 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 wie soll das? Man wird schon hier nicht runterfliegen. Also, ich weiß nicht, was die hier meinen. Machen wir mal eine Stärke. Spring hoch. 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 Aha. So, jetzt gehe ich mal kurz in die Hütte hier rein, um mal zu gucken, ob es hier unten was gibt, finde ich. Ah. Okay, wer habe ich noch? Das müsste auch in den Sinn ergeben. Oder ich wollte mal dieses. Kein Aufsatz, das ist blitzend. Brauche ich nicht. So, okay, dann kann ich ihn nehmen. Ich brauche keinen Rentenversicher. Oder den Leser. Wollen wir nehmen. So, das muss ich besser ziehen. So, wo muss ich denn hin? Ich müsste hoch, oder? Jetzt wird man mal. Stärke. Hoch. Das war nicht genug. Oh, ein Hopser. Und hier ein Hopser. Ja, komm. Oh, und dann noch ein Hopser. Nee. Ach, scheiße. Geht's denn hier weiter, ey? Nochmal. Scheiße. Na gut, hier können sie sich ja auch mitkriegen. Und hier. Stück für Stück. Eins weiter. So, jetzt bin ich da schon mal da oben. Das ist doch schon mal jult. Was immer das so springen sein. Ah, okay. Ich bin richtig. Ich bin hier. Oh, guck mal. Diese scheiß Fichter. Da. Wir müssen immer... Ah, super. Ah, gehen wir hier lang. Können wir ja eigentlich egal sein, wo ich langgehe, oder? Ist es wieder eingeschmacht. Ja, was huckt denn da schon wieder? Da sieht mich nicht. Hoffe ich. Okay. Irgendwas ist hier komisch, ey, echt. Sicher ist sicher. Wir gehen mal da rüber schnell. Tornfeld deaktiviert. Tornfeld deaktiviert. Hä? Nichts. Aktivieren. Weiter geht's. Okay. Soll ich hier unten lang? Unten lang. Unten lang. Komm. E-Kritisch. E-Kritisch. Ja, das ist mir jetzt egal. Das höre ich. E-Plus, wenn ich's will. So. Hey, Psycho, hierher. Cool. Ähm. Warte, ich komme hoch. Da bin ich. Chaosgewehr nehmen? Aber gerne doch. Ich hab schon einen Gegenwerver. Hab ich. Das machen wir erst mal. So. Oh, was denn das? Ne. Ich will hier nicht gegen das Chaosgewehr tauschen, sondern gegen das. Ne. Der Granatwerfer ist natürlich toll. Ups. Kann ich das nicht gegen das hier tauschen? Naja, fuck, man muss sich entscheiden, ha? Na gut, wir nehmen die hier. Komm. Auf geht's. Wo muss man hin? Oh. Au. Das sind ja ein paar ganz. Das ist die Jungs. Ich bin hier zwei Meter gelaufen. Da geht's los, oder was? Na, macht ihr das doch. Wo sollen wir denn hin? Da hoch? Okay, komm. Mach ich. Mach dir den Rest. Ich geh mal schnell vor. Kommt was? Nö. Es scheint mich nichts zu verfolgen. Wir sind gut abgelenkt. Hey, ihr macht das super, Jungs. Man braucht einfach bis gerade gehen. Oh, guck mal hier. Wie komm ich denn da hin? Was sagst denn du? Ach, ganz gestorben. Trotzviel. Wie groß bist du denn denn? Nachladen. Laden nach. Hm, schon mal gespeichert. Komm mal hier. Oh, scheiße. Hat er mich überfahren? Hihihi. Macht nichts.